Ein weiteres Jagdfieber-Video. Es geht aber nicht um den verhassten, berüchtigten dritten Teil. Nein, es geht vielmehr um Jagdfieber 2. Geht man auf die Rückseite der DVD, steht da, inklusive 5 DVD-Spiele. Was? Gleich 5 DVD-Spiele? Die meisten DVDs haben nicht mal ein DVD-Spiel. Versteht mich nicht falsch. Die Jagdfieber-Filme sind dennoch schlecht, aber... 5 DVD-Spieler? Das klingt nach einer Menge Bonus-Material. Ich bin schon richtig aufgeregt, wie das aussehen wird. Da, ihr könnt es sehen. Ich habe die DVD jetzt in meiner Hand. Und nun schließe ich den DVD-Player. Spontan würde ich sagen, bis jetzt alles scheiße. Obwohl ich auf Deutsch bin, ist ja alles auf Englisch. Das ist schon mal kacke. Vielleicht sind die Spiele dennoch cool. So. Ich habe alle 5 Spiele gespielt, ich muss sagen. Wow. Was für eine Enttäuschung. Abgesehen von das letzte Spiel, Fixed Vecto. Alle Spiele waren furchtbar. Und nochmal, warum ist das auf Englisch? Das ist die deutsche DVD. Selbst wenn Jagdfieber mal eine gute Idee hat, wird sie schlecht umgesetzt. So enttäuschend. So enttäuschend. So enttäuschend. So enttäuschend.